So verwandeln Sie den tagtäglichen Einpark-Horror in ein pures Vergnügen. Ein Komfort, den sich wirklich jeder leisten kann. Die Sensoren werden in die Stoßstange Ihres Wagens eingebaut. Sie sind so empfindlich, dass Sie Hindernisse ab einem Abstand von 200 cm wahrnehmen können. Nach Einlegen des Rückwärtsganges aktiviert sich die Einparkhilfe ganz automatisch. Nähern Sie sich dem Hindernis, warnen Sie Sie mit einem akustischen und einem optischen Signal. Je nach Abstand zum Hindernis ändert sich der Warnton. Kommen Sie zu nahe, wird das Piepsen zu einem Dauerton. Das Display montieren Sie im Cockpit Ihres Wagens. Hier sehen Sie genau, wie viel Abstand Ihnen noch bleibt. Eine Grafik zeigt Ihnen genau, wo es besonders eng wird.